Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell, The Spirits of Amazonia Part 2 Ok, wir machen jetzt folgendes Wir pennen jetzt Und machen uns wieder fit Und dann checken wir los und gucken was wir alles noch erledigen müssen Neuer Tagebucheintrag Ok, wir müssen noch einiges finden Passt Jetzt checken wir mal hoch Wie sehen unsere Werte aus? Ganz tief unten Die sind noch nicht trocken Noch nicht trocken Ja Wir machen so, wir schlafen erst Stehen auf Und danach Machen wir uns wieder gesund Und ziehen dann los Okay Ähm Alles noch Nicht fertig Dann machen wir so Essen Essen Nur zwei Stück Werte Okay, eine esse ich noch Hast die eine nehme ich mit Äh, die Essen Wasser und Dings Reicht nicht Dann nehme ich die mal mit Die müssen drei Stück sein, ja Passt, hier habe ich nichts mehr Äh, Knocheninfusion, trinken, trinken Nehme ich mal mit Nehme ich die Kuhle auch mit Ähm Schaue ich mal, was ich in der Tasche noch so hab Zack So, nehme ich alles mit Warte mal, was habe ich hier Die kann ich oben stehen lassen 15 Stunden Die kann ich noch essen Die kann ich noch essen Werte Jo Okay Dann mache ich so, dass wir hier Dünger Dünger Überall Ähm Dünger brauchen 45 52 Ja Habe ich wenigstens alles hier rein Ich habe unten ja genug Dünger Zeug Jo Unsere Werte sind nicht schlecht Dann hebe ich mir mal die auf Dann Du ich die mal Hier rein Damit es ordentlich aussieht wollte ich ja bevor es komplett hell wird die beiden habe ich natürlich schnell mal kurz mich aufladen fleischbraten und so sind extrem schwer wo es dann ja pilze im wasser sehe ich der rucksack nehme ich auch mit dann was ich mich schnell okay ich nicht mehr mitnehmen dann mache ich mir schnell noch feuer an das ganze zeug braten und so und dann checken wir los nämlich noch ein bisschen ja da unten waren auch noch ein paar ist in ordnung dann brauche ich einmal feuer bitte mal so dass ich die knochen hier rausschmeißen sind viel zu schwer aber da fühlt sich immer noch und den rest hänge ich da oben drauf 1 2 3 1 2 3 ganz kurz die eine hänge ich hier meine schildkrötenpanzerung hier oder machst du hier weil sie wenigstens mit wasser gefüllt werden zack und zack dann kann ich ja eigentlich von hier wasser holen hey man das wollte ich gar nicht jetzt war das doch schon ordentlich dort ok ok so dann nehme ich das hier einmal 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 oh 1 et 3 4 4 4 4 jetzt der weide von ok ich mache auch nicht als dabei habe muss ich einmal kurz runter maxime ich habe keinen platz hier nutzen doch yo ich mache den hier rein dann mache ich einmal so einmal so einmal so und einmal so 25,25 überall dann mache ich noch hier und dann mache ich den noch in die Mitte bidon lasse ich hier stehen die kann ich dann das kochen hernehmen und so eigentlich kann ich sie neben den hier die tasche und weg mit den bieten ok trinken ist schon voll optimal aber dann mache ich so dass ich hier wenn ich zurückkomme wenn ich zurückkomme unsicher ich schütte ok dass ich den hier schon mal auf 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 leh und andere hier leh 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 und hier bidon wegschmeiß ok dann habe ich auch genug fleisch ich nehmen auf die fertig werte ok in ordnung speichern und jetzt check ich mir die karte wir laufen mal alter ist voll schwer es war ich doch okay das ding wollte ich stehen lassen weil 90 70 mit denen lasse ich hier den lasse ich auch hier den essig mal weg was habe ich noch ich brauche unterwegs eigentlich habe ich eine wasserflasche die mit sauberem wasser gefüllt ist und kokosnusschalen kann ich unterwegs finden wenn mich nicht mehr mitpasst so kohle lasse ich mal hier bei so viel kohle brauche ich auch nicht die zwei könnte ich noch geworfen werte lässt sich noch so ein ding weg lass ich mal noch die zwei hier die kann ich unterwegs auch finden so ist optimal sechs habe ich noch sechs okay brauche ich alles nicht und checken dann los und 15 minuten hat die ganze kacke hier gedauert schon krass also wir sind jetzt im dorf wir müssen dann hier ist der norden nach westen kann ich da auch noch wissen nein kann ich nicht nach westen bitte hier kann ich noch nicht nach westen erst wenn ich hier draußen bin glaube ich kann ich nach westen wo geht es der westen wo geht es denn hier ist ein dorf hier ist ein Dorf und hier können wir dann einfach geradeaus runter oder nein können wir nicht das wasser ist normalerweise erzeugt ähm ich nehme mich jetzt mit auf die drei ok dann craften wir uns gleich nein das kann man essen jetzt schmeiß dich nicht oder doch lassen wir stehen ok die mache ich jedes mal kaputt und wir sind immer noch ok jetzt müssen wir den auch hier sauber machen wo war das eine legende wo ist der der kommt hier nehme ich mit mein freund ok die klinge nehme ich auch mit und ich denke dass ich jetzt hier oha den habe ich nicht gesehen ok dass ich hier runter kann irgendwie ohne dass ich mich verletze und ich muss rüberspringen können ok wie kann ich rüber ohne dass ich fieber bekomme die klinge einsprung habe ich hier gemacht hier ist eine Geschichte über einen Vater mit einem brokenen Herz Einmal Fieber. Einmal Fieber. Ein Bäume. Einmal Zwei Mal. Einmal. Okay. Sammeln. Einmal Fieber. Einmal Fieber. Einmal Fieber. Einmal Fieber. Okay. Okay. Sammeln. Ja komm schon Hecht. So. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Gott. Ich kann mal das hier bitte. Schmeiß weg. 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 Diesen Abschnitt haben wir auch sauber gemacht. Und jetzt glaube ich gibt es noch eine Stelle. Ähm. Den müssen wir auch noch sauber kriegen. Aber ich überlege mir ob ich das machen soll weil es ist dunkel oder soll ich zurücklaufen. ich glaube es ist besser wir müssen nach hause finden ich bin alles in ordnung mein freund keine sorgen werte ok ist in ordnung nicht schlecht können wir vielleicht noch ein bisschen was essen wasser kohlenhydrate wir sind jetzt ja und wir waren da ok einmal zweimal ich überlege mir wie 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 wo was die zwei haben wir da haben wir wir sind hier ich denke das ist alles noch irgendwie voll leer wir sollen jetzt runter laufen beispiel diesen bereich haben wir überhaupt nicht oder hier runter laufen sagen wir mal wenn ich hier der norden ist südöstlich 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 ich schaue mal ob wir eins zwei drei drei vier sieben acht neun neun legenden fehlen uns noch das ist schon ein haufen wir schlafen wir schlafen mal stehen auf stehen auf ich habe da hinten was gesehen die will ich mitnehmen mal halbherz trinken wir noch wasser oh meine igelfamilie schau mal gleich die ganze bande alter super voll oder machen wir so ich speichere das ganze und würde mich freuen wenn ihr auf meinen kanal youtube kanal geht und die playlist abcheckt schaut vorbei aktiviert die glocke damit ihr die nächsten folgen nicht verpasst bleibt alle gesund ich hole euch von hier wieder ab euer auro game bis dahin peace